Markus, ist alles fertig. Kannst einstellen. Ja, ich bin grad noch am Pneumatik machen. Hat man hier nicht irgendwo Wachstumshormone für die Viecher? Nennt sich Weed. Ne, das macht ja nur geil. Das macht Weed? Geil. Geil. Hey, du hast das gesagt, selber schuld. Mit Möhren. Möhren. Also? Haben wir nicht, ne? Was kannst du eigentlich, Frank? Wir haben so viel unnötigsten Kram, aber keine Möhren auf dieser Farm. Was willst du denn mit Möhren? Ja, ne goldene Möhre draus machen, damit die Viecher wachsen. Ne goldene Möhre, okay. Ja, darfst du eine machen, ja. Wir haben halt nirgends Möhren. Möhren. Ist ja blöd, wenn du mir keine bringst, kann ich auch keine Möhren anpflanzen, ne? Ja, du wirst ne Möhre haben, ne? Ja, ich will unbedingt, ich will deine Möhre, ja. Bin ich, ja. Ja, du kannst lange suchen. Pack mal deine Möhre aus, komm. Also das war jetzt ein Selbstdiscorbi. Ich weiß, das war auch extra. Ja. Das war wirklich extra. Okay. Würd ich auch sagen. Wir lesen Zombie selber killen, also. Na doch, das Zombie-Teil. Gummi, Plastik und Eisen. Ja. Schau. Hatten wir nicht noch irgendwo Plastikblätter rumliegen? Plastikblätter. Ja. Also aus dem Basin kann ich auch nicht raus dingseln, bumseln. Dingseln. Dingseln. Mit nem Bucket. Geht nicht. Hm. Ich hab keine Ahnung wie das geht. Achso, aus dem Zahnkraut ist dann im Endeffekt wahrscheinlich ja... Ich lebe jetzt grad hier mit meinem Pfeil, mit dem Burgen bisschen. Und wie? Soll ich da oben rein, oder? Nee, mach nen Tank. Wie dann? Ich hab hier so nen Portable Tank zum Beispiel. Achso. Dann muss alles wahrscheinlich da drüber gehen. Bitte nicht, bitte nicht. Ach komm. Ich hab grad gesagt, ich will meine Axt skillen. Also ich mein hier meinen Bogen bisschen. Ich weiß. Nee. Nee, komm. Dann skill ich mich an dir. Da hast du nen Fall für dich. Oh man. So, reicht. Wart's nur ab, bis ich dich auch mal irgendwie treffe mit irgendwas. Ich will damit. Aber triffst du mich aber nicht. Ich mein schon. Ich mein schon. Äh, hast du irgendwie den Schüttelfrostanfall? Nun... Ehhh. Neeein. Oh. Jaa. Offensichtlich. Ja. Ich treffe mich selber grad, das ist ein wenig blöd. Ich war eigentlich nur auf ein paar Mops, die ich abschießen kann, weil... Ich mag den Bogen ja eigentlich wirklich, weil ich hab ihn mir extra gemacht, aber irgendwie ist er immer noch schwach. Wie die Focke-Wulf. Ich habe doch letztens Gummi gesehen, kann doch nicht sein, das kann doch einfach so verschwinden. Weil die schon einen Wehrlauf gebraucht. Ah, ich hab die Gummi schon längst aufgebraucht, ja. Ja, dann kannst du jetzt neue holen gehen. Nein, nein. Guck, die Tanke hat aber jetzt nicht mehr auf. Ich hab den Zombie hinter dir erschossen, aber okay. Ah, so. Der war hier im Haus nebenbei. Ich dachte, du hast es nicht gezählt. So, jetzt nicht mehr. Ich würde ja Gummis holen, aber die Tanke hat nicht mehr auf. Ich kann fahren, steck was weiter. Irgendein Tank hat immer auf. Hä, dann muss ich auf die Autobahn fahren, das ist ja blöd. Okay, ich hab nochmal alles aus der Ding da fast raus. Ich brauch nochmal ein paar Metalle. Was denn für Metalle? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaub Platinum und den. Ja, Platinum und den. Was soll denn diese Scheiße? Also mit Platinum und was war das jetzt nochmal? 10. 10. Und ich glaub mit 144 Millibuckets kann man auch keinen Eimer füllen. Ja, macht Sinn. Hm. Brauch mal mehr von. Brauch mal mehr von. Brauch mal mehr von. So, Frage des Tages ist jetzt. Wo war was? Da muss da Platinum gewesen sein und da Tin. Ne, ne, da hinten hab ich noch gar nichts gemacht. Achso, okay. Ich hab alles noch hier vorne gemacht. Gut, dann packst du vorne rein. Ja, hab ich. Ähm, ja, aber ich brauch jetzt mehr von allem. Alles für ein Bucket anscheinend. Wie du sagst. Das heißt, du 10 Ingots oder wie war das? Hm. Ja. Warte. Von jeden 7 Ingots überall ist schon eins drin. Also für jeden nochmal zusätzlich 6. Na. Du der Enderman. Unglaublich dämlicher Enderman. Du der Enderman. Puff. Puff. Oh. Ja, ja, ich geh schon. Wo seid ihr? Was fehlt dir doch noch? Da ist ein Skeller im Rüstung. Also Leder Rüstung. Und ich hab ihn mit Einschlag gekillt. Boah. Und ich kann riesig hoch springen. Riesig hoch. Riesig hoch. So 2,5 Blocks. Ja, ich hab da jetzt nochmal ein paar Ingots raus. Ich bin eher echt zu dumm dafür irgendwas zu machen. Ja, jetzt darf ich hier schon vorne anfangen. Oder hast du da hinten immer noch nichts gemacht? Da hinten hab ich immer noch nichts gemacht. Okay. Also, ja, ich glaub einzeln machen ist da besser. Erstmal Gold, dann das andere. Ups. Ne, lass erstmal bloß das Gold drin. Gold. Also, hinten kannst du schon machen, aber hier vorne. Leih hab ich vergessen. Ne, da hab ich's gehabt. Okay. Ach so. Dieser Sprung macht hungrig. Okay. Ach was. Ist ja kacke. Was hast du denn erwartet? Dass er nicht hungrig macht. Ja. Ist es jetzt noch klar. Okay. Jetzt kann ich ein Goldbucket raus holen. Sehr gut. Dann ist gut. Ähm. Jetzt hab ich keine Servus mehr. Ich hab wieder meinen Bogen fast auf der nächsten Stufe, aber es ist wieder nur Tag, ne? Mhm. Deswegen werd ich jetzt wieder auf Simon schießen. Ich hab wieder meinen Bogen fast auf der nächsten Stufe, aber es ist wieder nur Tag, ne? Mhm. Deswegen werd ich jetzt wieder auf Simon schießen. So, so. Töt' ich das? Ja. Dann schieß ich auf jemanden anders. Geh weg. Irgendjemand mit Rüstung, den das nicht stört. Ich hab keine Rüstung. Ein Schuss, komm. Nein, vergiss das. Geh. Weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Das hat Folgen, ne? Weißt du das? Kennst du das Wort Karma? Sagt dir das was? Ja. Karma? Was ist denn denn die Hünder schon wieder hin? Boah. Au. Sorry, du bist in meinen Weg gelaufen. Während ich eigentlich versucht habe auf... Frank zu zählen. Ja. Bumm. Ich muss noch 6 mal auf irgendwen schießen, dann hab ich die nächsten Level. Puh. Da ich euch damit unglaublich störe, werd ich euch abschießen. Weil ich die Tiere ja nicht töten kann. Die brauchen mehr. Heilen die sich nicht selber wieder? Ja, die Hühner scheinen ja trotzdem immer wieder verschwunden zu sein. Jetzt seh ich da keine mehr. Geht schon, ich hab hier grad noch ein Skelett gefunden. Was sich grad schon in den Schatten gestellt hat. Okay, dann brauch ich jetzt nur noch 2 Schüsse. Und die kann ich jetzt nur wirklich an einem von euch testen. Nein. Nee, muss nicht sein. Warum? Ich selbst abschließen geht glaub ich nicht. Ach. Ich kriege grad am Abgrund. Das wird ziemlich... Ich krieg da 4 Punkte? Ich krieg da 4 Punkte. Okay. Wo ist hier ein Skelly? Ach, nirgendwo. Okay. Kriegst du dich grad eins aufs selber ab? Nur um Punkte zu kriegen? Nur um Punkte zu kriegen. Oh man. Dieser Typ. Oh mein Gott. Hab das nächste Level, passt. Hallo. Habs gehört. Hab ich in ihrs? Haste. Endlich. Ich hab schon wieder Hunger. Diese Axt, ey. Wie Haste einfach fast gar nichts bringt. Hm. Wie das Teil einfach immer noch langsam ist. So, Mariken ist halt mein eigenes Huhn. Was mich aber nicht st... Was mich... Ich hab noch nicht... Showt Pro steht hier, plus 4 Attack Damage. Und dann macht einfach eine anderthalb. Keine Ahnung. Aha. Federn, endlich. Gut, nach der Odyssee habe ich jetzt endlich Freitag zurück. Wow. Soll es mir dankbar sein, du brauchst ja eher als ich. Später zumindest. Ach ja. Nur momentan möchte ich halt einen speziellen Bogen haben. Da brauch ich Warnkraft für. Schön. Speed, not useful in weapons. Unglaublich praktisch. Dass sie mir dann automatisch diesen Kram dazu gegeben haben, ne? Boah. Moment, ich glaube... So einen Drying-Rack können wir für Leder verwenden. Könnten wir ja. So. Das hängt dann jetzt erstmal eine Weile so. Doch. So, Moment, wie ging das nochmal? E. Was? Du bist ganz schön frech gerade. Färst gemacht. Doch. Bastian. Die Sicht umgeschalten. Wie denn das? So umgeht gerade noch mit neuerdings. Weiß ich nicht. Teufel. Bleib. Ah. Err. So... Haste auf diesem Bogen ist ja unglaublich nutzlos. Weil er nämlich echt nicht schneller zieht, weil das eben nicht auf Waffen wirkt. Wollte aber eigentlich nicht. Aber es steht extra drin, not effective on weapons. Also not useful on weapons. Ja, normale Nackungskraft. Ja. Leg mal den Bogen rein und guck mal, was rechts in der Leiste steht. Es ist schon dran, so ist es nicht. Ja, es ist schon dran, aber da ist eine Zahl bis 50 oder so. Ja, die ist hoch, auf 50. Ach so, okay. 50 heißt nämlich gleichzeitig, dass die Geschwindigkeit vervierfacht wird eigentlich und... Ja, dann sollte es eigentlich auch so sein. Bisschen schneller geht's vielleicht, aber... Nicht viel, hups. Könnt ihr mal ins Bett gehen? Nein, nein. Bei Nacht arbeiten ist nicht grad cool. Was ist nicht grad cool? Bei Nacht arbeiten. Arbeiten? Was machst du eigentlich momentan? Ja, was wohl? Diese scheiß Schmiede hier einstellen. Immer noch. Was heißt da immer noch? Du hast mir da einen Monster Dropper gebracht. Hä? Ja, ich bin noch nicht mal mit der ersten fertig. Könntest mir ja helfen. Nein, ich bin beschäftigt. Siehste? Also mecker nicht. Ja, solltest ich nochmal um die Quests kümmern? Ich mach das eigentlich, aber nur bei den Quests, die wirklich Sinn machen grade. Ja, so einfache Sachen wie hier, dieses Expanding the Farms oder so, das ist ja mehr als einfach sogar. Wo? Ja, beim ersten noch. Ganz oben. Achso, ja, das hab ich gar nicht. Das hab ich komplett übersehen. Klar, das mach ich sofort. Wir must go deeper. Das wird eigentlich auch ziemlich leicht gehen, glaub ich. Wir brauchen ja Blaze für. Können wir ja machen. Einen Blaze? Kein Ding. Ja klar. Mach mal irgendwie einen kleinen Steinkäfig und dann mach mal das Ding platt. Ich hab ja eine Battle Axe. Hast du da Lack drauf? Also Looting? Äh, nee. Ich hab auf meiner Pfanne Lack drauf. Ja gut, dann kannst du einen letzten Schlag machen. Ja. Na, obwohl ich dürfte ja eigentlich One-Hit-Carain, oder? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, du machst 8, also dann mach ich die einfach kaputt, ist doch kein Problem. Glaubt ja nicht lang. Hm. Ja, sag Bescheid, dann komm ich. Ja, jetzt grad nicht. Ich will mich erstmal nochmal die Quests nochmal zu Ende durchlesen. Ja. Den Upgrade und Sledgehammer, ja sonst leucht. Wie einfach ein Sledgehammer einfach aus Plastik gebaut wird. Das ist ein Präzisionshammer, also von daher. Ja, trotzdem. Präzisionshammer, also... Ja, trotzdem. Wir werden so gesehen wie ein Gummihammer, aber trotzdem. He, he, Gummi. He, he. Hammer. Ach, Mann. Was ist denn los? Nichts. Nichts ist alles in Ordnung. Ja, Mann hört's. Äh, Mann. Hast du das ganze Gummi mitgehen lassen? Ja, ne? Ist ja... Kannst wieder... Ich auch. Er hat die ganzen Gummis einstücken. Wo... Wo ist da? In der Maus. Ach ja, toll. Einfach irgendwo hingeschmissen, wo ich's nicht sehen kann. Links, Rom. In der Maus. 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 Toll Oh man jetzt brauch ich ne ne 900 xp für diese scheiß achse Das ist hardcore Ich brauch 300 Meine Pfanne braucht gar nichts mehr mittlerweile Aber mein Bogen ist eigentlich so ein Müll Aber der wird ja langsam auch besser Der braucht immer 240 Das hab ich recht schnell zusammen Waffen gehen ja allgemein viel schneller zum Auflabel Ja klar Weil ich mein meine Peke zum Beispiel gar nicht Weil normaler Stein ja immer nur einen Punkt will Ja Und meine Hatchet bringt ja auch immer nur einen Punkt Also irgendwie auch nicht Ich fäll die ganze Zeit schon in die Bäume hier Ja Ja bei 900 ist trotzdem ne ganze happige Zahl Ja hast recht Ja Oh jetzt ist es nur noch 720 Warte Okay Warte 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 Vielen Dank.